Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Attila. Ach, ich hab's richtig gesagt, ich hatte gerade sekundenlang Third Age in meinem Kopf und dann so in letzter Sekunde nochmal. Nein, Attila, Total War, Total War, Total War, Attila. Unsere Worte von Kampagne mit dem Reich von Axom, seinen liebenswerten Bewohnern, den Axom Vixern und natürlich einigen anderen Leuten. Guck mal hier. Ja, einer unserer Agenten wurde getötet, ja, wunderschön. Die junge Dame hier hat es nämlich geschafft, unseren Agenten hier zu töten, was ich unglaublich toll finde, weil das auch so viel Sinn ergibt. Wir versuchen jetzt, sie natürlich davon zu überzeugen, auf unsere Seite zu kommen. Wäre sehr praktisch, hat geklappt, wundervoll, die Rache ist damit mein. Im letzten Mal habe ich angekündigt, die Schlacht hier hinten neu zu schlagen, ich habe das Ganze dann auch getan. Die Unsterblichen sind jetzt also noch vollzählig tatsächlich, wenn gleich die Armee trotzdem einige Verluste hinnehmen musste. Denn ich habe festgestellt, dass diese Verluste tatsächlich auch größtenteils durch die feindlichen Sperrmeister verursacht wurden, die nämlich ihre beschissenen, Achtung, Sperre werfen konnten auf uns. Also nicht nur unsere eigenen Sperre, die uns in den Rücken geschmissen wurden von unseren eigenen Leuten, sondern auch die feindlichen, Pila quasi, ja nicht Pila nicht, aber halt die feindlichen Wurfsperre, die die Sperrmeister noch dabei haben. Auch die haben uns ganz schön eins, ja, ganz schön einen reingewirkt, muss man schon mal sagen. Das hat schon weh getan. Aber wie gesagt, ich habe es geschafft, dafür zu sorgen, dass wir alle unsere Truppen behalten können. Also so gesehen, sollte das eigentlich ganz gut klappen. Hier wollte ich ein bisschen in die Sexklaufen des Struppi mal Tarentum erobern. Aggressiv da rangegangen, denn wir haben ja hier unsere Flotte dabei. Sehr schön, besetzen wir also auch Tarentum, kriegen hier nächste Runde wieder einen Aufstand. Nein, kriegen wir nicht. Haha, wir können sogar an Tarentum den Aufstand verhindern. Sehr, sehr schön. Und, ähm... Was? Ja. Und, äh, jetzt müssen wir feststellen, dass unser Einkommen einfach mal... The fuck? Unser Einkommen ist einfach mal komplett gesunken. Wow, what the... Hä? Äh... Ich verstehe es nicht. Wir haben gerade... Wir machen gerade... Ich muss es ganz kurz nochmal betonen, wir machen gerade 10.000 weniger Gold. 10.000 Gold weniger pro Runde als eigentlich. Ähm... Ich weiß nicht, ob das mal verständlich ist, aber das ist etwas, was ich gerade überhaupt nicht verstehen möchte. Denn es wirft uns natürlich auch ziemlich weit zurück jetzt, da wir eigentlich ganz, ganz viel erobern wollten. Und das jetzt natürlich nicht können. Ähm... Äh... Äh, erhöhen wir mal den religiösen Einfluss, bitte. Dann gehen wir mal in die Richtung hier, in Richtung Überzeugung... Oh, warte mal. Äh, wir müssen in die Richtung... Okay, wir gehen in die Richtung Überzeugung. Und, ähm... Ja. Auch diese Armee hat sich hier zurückgezogen, die eigentlich, ähm... Vor Serdika stand. Ist natürlich ein bisschen blöd. Hier haben wir auch das Problem, dass wir, äh... Thessaloniki ja eigentlich belagern wollen. Das Praktische ist, dass wir genau um Thessaloniki herum... Keinen Winterverschleiß bekommen. Sehr gut eigentlich. Das heißt, Thessaloniki wird dir demnächst an uns dann fallen. Ähm... Dann haben wir hier immer noch diese blöde germanische Re... Oh Gott, das ist ein Rebellen. Darf vergessen, dass die ja noch existieren. Ähm... Frage ist, ob sie gegen die Anden hier kämpfen werden, oder ob die Anden uns unterstützen werden. Gegen diese Rebellenarmee. Wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Ich warte hier noch eine Runde lang. Die sollen sich mal... Die sollen sich mal Zeit lassen. Mit dem Angriff auf uns. Und dann... Würde ich mit dieser Armee ganz gerne nach Olbia marschieren. Während die Typen hier hinten ihre... Verluste erleiden. Okay. Okay. Geht in Ordnung soweit. Ähm... Eine weitere Armee. Wir sind ja hier unterwegs in Richtung Norden. In Armenien werden schöne Verluste im Winter erleiden. Die Vorhaut des Lugus ist hier natürlich weiterhin. Die möchte nicht weitermarschieren im Winter. Ähm... Aber... Ja. Okay. Sehr schön. Also, wie gesagt. Wie man vielleicht sieht. Wir haben jetzt gerade Einkommensprobleme. Was natürlich dafür sorgt, dass ich jetzt nicht mit unserer geplanten Vorgehensweise der nächsten Technik weitergehe. Sondern wir müssen halt erstmal jetzt wirklich darauf achten, dass wir unser Einkommen wieder herstellen. Ich verstehe nicht, warum unser Einkommen auf einmal so gesunken ist. Das ist eine Scheiße hier teilweise, ne? Also, nee. Kommt das denn her? Ergibt das irgendwie für mich auch nicht mal richtig Sinn oder so? Naja. Ähm... Ja, scheiß mir mal darauf, würde ich sagen. Versuchen, ob du hier noch was Schönes findest. Nein. Dann lassen wir das. Ähm... Aber du hier. Was einer Media aufgerüstet werden kann. Und ich würde sagen, die bessere Moral gegen barbarische Königreiche hilft schon. Auch wenn unsere Moral eigentlich vollkommen egal ist. Denn wir brauchen... Ähm... Erhöhte Integrität. Wäre schon mal sehr praktisch. Okay. Gut. Und dann wollen wir Tarentum natürlich auch nochmal in ordentliche Verfassung bringen. Ähm... Unter anderem reißen wir diese Kunsthandwerkerhalle ab. Wir bauen dich hier um zu einem Fischerei-Pier. Ähm... Reißen die Stadt hier auch um eine Stufe ab. Die Taverne wird auch um eine Stufe abgerissen. Das Handelslager wird auch abgerissen. Ähm... Das griechische Kloster... Griechisches Christentum. I geht weg mit der Scheiße. Ähm... Beziehungsweise nein. Es wird repariert und dann umgebaut. Äh... Das Souterrain wird auch erstmal repariert und dann umgebaut. Der Fischereilanderplatz wird erstmal repariert. Obwohl eine Stufe können wir hier glaube ich abreißen. Wir brauchen die nicht auf dieser hohen Stufe. Das Ding hier wird auch abgerissen. Wir brauchen hier Nahrung in der Provinz. Ähm... Wir wollen dann dafür hier das Adeligen anwesend hin, würde ich sagen. Und ich reißen wir auch um eine Stufe ab. Das kostet uns alles viel zu viel Nahrung. Und das können wir nicht gebrauchen. Außerdem bringt es uns Geld an, das ganze Zeug abzureißen. Also... Wuhu! Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Perfekt. Damit sind wir jetzt eigentlich ganz gut in der Verfassung hier. Ähm... Die Sandburg-Architekten steht... Wir gehen hier hinten noch rum und können aus irgendeinem Grund nur die Stadt angreifen. Und die Armee, die hier können wir trotzdem nicht angreifen. Hm. Jetzt können wir sie angreifen. Frage ist natürlich, möchte ich jetzt hier gegen die römischen Separatisten vorgehen? Antwort ist natürlich eigentlich ja. Frage ist, kann ich gegen die römischen Separatisten? Antwort ist auch ja. Frage ist, möchte ich den Typen hinterherlaufen? Die Antwort ist, nein. Wir verschanzen uns hier mal. Eigentlich sollten sie mutig genug sein, uns anzugreifen. Sie haben ja richtig viele Truppen da. Hm. Der Flotte belagern wir noch nicht, Karalis. Das möchte ich erst eine Runde später oder sowas belagern. Wir wollen jetzt erstmal hier warten. Auch die Langobaden verfolgen wir erstmal nicht. Sondern wie gesagt, wir warten hier. So, gucken wir uns mal Malacca an. Malacca hat auch ein paar schöne, interessante Sachen. Eine Traubenpresse, die wir mit einer Stufe bitte abreißen. Schreie dann den Platz auch um eine Stufe abgerissen. Und diese blöde Ortschaft können wir auch abreißen. Genauso wie das Schmiedehaus. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Wachstum warten. Dann geht das eigentlich schon. Ähm. Und wir könnten mit euch hier mal Cordoba belagern. So. Ich frage mich immer noch, was mit unserem Einkommen los ist. Ich meine, kann natürlich auch im Winter liegen. Warte mal, haben wir denn Winter? Wie sieht es aus mit dem Winter? Ähm. Ungewöhnlich. Schlechter Winter, schlechter Winter, schlechter Winter. Okay, wir haben ziemlich viele schlechte Winter. Hier haben wir gute Winter. Gute Winter, guter Winter. Wir haben in der Sahara einen schlechten Winter. Oh mein Gott, nein. Einen schlechten Winter in der Sahara. WTF. Schlechter Winter, Verarmung. Aber ansonsten. Hm. Wieso haben wir so wenig Einkommen auf einmal? 10.000 weniger. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz betonen. Wo zum Teufel sind die 10.000 Gulden auf einmal hin? Oder die Nara oder wie auch immer sie bezeichnen wollen. Lasst niemanden am Leben! Komisch, aber okay. Gehen wir doch mal hier auf die niedrigeren Rekrutierungskosten. So, und dann marschiere ich wieder mit euch in die Stadt zurück. Habt natürlich einige Verluste hingenommen. Aber vielleicht greifen sie uns deswegen jetzt an. Das wäre sehr praktisch für uns. Dann könnten wir uns in Trimontium verteidigen. Ansonsten Thessaloniki wird nächste Runde fallen. In Sertika werden wir nächste Runde belagern. Sollte dann eigentlich alles klappen. Oh, und die Thüringer haben sich eine neue Heimat in Domavia aufgebaut. Die Thüringer haben eine neue Heimat. Das ist perfekt für uns, denn sie besiedeln damit Damalzien und meine Provinz weiter. Das heißt, wir sparen uns schon mal 10.000 für eine Runde. Und das ist natürlich jetzt vor allem bei unserem momentanen Einkommensverhältnis nicht zu unterschätzen. Gut. Ansonsten würde ich mir ganz gerne nochmal die restlichen Provinzen angucken. Wie sieht es denn da aus? Armenien hat kaum Nahrung. Und das ist natürlich nicht so schön. Also bis bei null Nahrung genau. Eigentlich können wir da gerade gar nicht mal so viel ändern. Wir können da gar nichts ändern gerade. Wir müssen warten, bis so wieder wächst. Aber momentan bis bei null Nahrung ist das eigentlich in Ordnung. In Kapadokien müssten wir jetzt die Rebellion haben. Haben wir auch. Das heißt, ich stelle die Armee jetzt nach Trapezunt rein, damit sie sich nicht trauen, uns anzugreifen. Und wir warten dann, bis die Zufriedenheit hier ein bisschen herangewachsen ist. Sehr schön. Magna Gracchia ist natürlich richtig schön bei der Provinz. Denen geht es gerade super. Die freuen sich auch, dass wir da sind. Ja, wir konvertieren sie. Bauen hier den ganzen Kram um. Sollte eigentlich hinhauen. Mauretanien hat Nahrungsprobleme. Deswegen bauen wir den Chavistan hier aus, damit wir dort ein bisschen Nahrung bekommen. Die Sahara. Steigende Zufriedenheit ist nächste Runde endlich über null. Sehr schön. Samartia Asiatica hat gerade noch Probleme. Nahrungstechnisch geht das. Auch wenn wir gerade hier ganz anders bauen wir hier und das bauen wir. Ich hoffe mal, dass wir das in Ordnung kriegen. Ansonsten müssen wir halt hier noch ein bisschen Wachstum warten. Fünf. Ah, hier. Hier müssen wir vorher diesen Hafen bauen, sobald Tanaeis fertig ist. Okay. Okay. Baetica. Baetica hat, ähm, Krankheit. Oh, scheiße. Malakar ist krank. Oh, oh. Gar nicht gut. Unser Samartia Europäer ist ab nächster Runde zufrieden. Und dafür haben wir hier einen schönen Fullstack an Rebellen mit einem Onaga. Yay. Das wird eine tolle Verteidigungsschlacht hier. Cool. Okay. Bin ich mal gespannt drauf. Wir können die Runde beenden. Ah, nein. Ach, verdammt. Ich würde noch interne Politik ein bisschen gucken. Ich glaube, unser Anführer hat immer noch keine Frau. So hat jetzt aber eigentlich genug, äh, Einfluss angesammelt. Sorry. Muss sein. Da habe ich was total verpeilt gerade. Ähm. Da würde ich ganz gerne den Autosawel nochmal neu laden. Wir haben auch vergessen, die Armee da unten auszubilden, was natürlich gar nicht geht. Ähm. Deswegen, wie gesagt, müssen wir den Autoshave nochmal neu laden. Den Autoshave, genau. Ah, diese Autorasur immer. Meine Herren. Okay. Ähm. Interne Politiken. Anführer. Ja. Du hast immer noch keinen Vibe. Also besorg dir mal eins. Ähm. Ansonsten musst du sie den Rest deines Lebens selbst besorgen. Hi. Äh. Du hast immer noch keine Frau. Kannst allerdings auch keine Frau bekommen. Und wir wollen mal versuchen, dass du hier den Typen davon überzeugst, wie geil wir doch eigentlich sind. Ähm. 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 Bis Stadthalter. Also nennen wir dich mal zum Kastellan. Versuchen wir die Kontrolle unserer Fraktion über das Reich ein bisschen weiter zu, äh, verstärken. Ähm. So, dich setzen wir da noch ein. Okay. Versuchen wir die Leute mal wieder ein paar Ämter zu bekommen, ne. Wird auch mal Zeit. So, und die Ami hier unten muss natürlich auch noch, ähm, erledigt werden. Und zwar, das war der Rüde Sandsturm. Genau. Der Rüde Sandsturm ist ja noch dabei. Um aufgebaut zu werden. Beziehungsweise sollte jetzt, äh, seinen letzten Schliff hier bekommen in den nächsten zwei Runden. Ja. Zwei Runden noch. Dann ist die Ami hier vollständig. Sehr, sehr schön. Und dann können wir mit ihr auch losgehen. Irgendwie haben wir aus irgendeinem Grund jetzt wieder ganz viel, also mehr Geld. Ich verstehe gerade nicht, was das damit auf sich hat so genau. Irgendwas ist hier los, das ich gerade nicht verstehe, was unser Einkommen stark, ähm, senkt. Oh, die Schruppidasten. Ah, das ist so eine tolle Armee mit den Merzbogenschützen. Oh mein Gott, die Merzbogenschützen haben wir gar nicht in der neuen Armee hier unten, ne? Ne, da habe ich wieder die Typen hier genommen. Ach, ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Äh, wir haben ja gesehen, wie effektiv die Armee im Endeffekt ist. Also. Kaufen wir mal, wir haben jetzt hier alles erledigt, was ich dann wirklich noch erledigen wollte. Dann gucken wir mal. Also, was machen die Pikten denn jetzt? Haben sie noch eine Armee in der Hinterhand, die sie auf uns loshetzen? Äh, sieht eher nicht so aus. Oh Gott, meine Kabel hier. Ich habe gerade mein, mein, mein Mikrokabel. Ich habe mich letztens, glaube ich, mal über mein Mikrokabel beschwert. Das wird gerade immer schlimmer. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Das, das wickelt sich auf. Und ich kann da echt nichts gegen machen. Das wird schlimmer. Sobald ich das loslasse, komplett spult sich das ineinander. Richtig merkwürdig. Oh Gott. Da umgeht uns eine westgotische Armee im Norden. Oder versucht es zumindest. Beziehungsweise hat es eigentlich geschafft. Müssen sie halt aufhalten jetzt. Ansonsten haben wir ein Problem. Langobaden sind einmal komplett im Norden herumgesegelt, um unserer Flotte zu entgehen. Werden wahrscheinlich jetzt uns demnächst dann im Süden angreifen. Gautenrennen da immer noch hin und her. Das ist ja auch egal eigentlich. Ach ja, klar. Die Rebellen kommen wir jetzt gleich. Ich sehe gerade das Symbol der Anden. Deswegen muss ich gerade in die Rebellen denken. Ja, gespannt. Die dürfen uns eingreifen. Aber ich bin halt gespannt, ob die Anden uns helfen. Wäre sehr schön, wenn die Anden uns helfen. Dann würde ich da eine direkte Schlacht draus machen. Okay. Warte. Oh Gott, die Gepieden haben auch... Ne, nicht die Gepieden, die davor. Die Veneter. Haben auch noch eine neue Geschädigung bekommen. Oh Gott, die Gräutungen haben sich einfach mal eine komplette Söldner-Made zusammengestellt. Ja, klar. Oh, wie ich es hasse. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wo die ziehen. Oh, scheiße. Oder haben die da drüben gerade was wieder besiedelt? Kompletten Full-Stack einfach mal hergecheatet, ne? Das ist so schrecklich. Ach, nee, ne? Ich wollte, dass sie uns angreifen und nicht, dass sie unsere Armee angreifen und nicht, dass sie einfach Feige davonziehen. Erfolg, war ja klar, war ja klar. Na, natürlicher Tod. Na, leck's mir doch am Arsch. Ach, ich will den... So ne... Boah. Das ist doch nicht zu fassen. Entschuldigung, aber das ist doch nicht zu fassen. Nur solche Events. Die wollen mich doch jetzt ärgern. Ich hab jetzt... Wie oft hat unser Anführer jetzt schon keine Frau bekommen? Alter Schwede, ne? Kontrolle sinkt und sinkt und sinkt. Es ist so zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Okay, also, wie gehen wir jetzt gerade vor, hm? Ratet mal, wer komplett außerhalb unserer Reichweite ist und Caesarea gleich angreifen wird. Stösch! Ratet mal, welche Armee sich nicht mehr... Doch, die kann sich noch bewegen. Immerhin. Immerhin. Na, wo ist die Armee denn jetzt hingezogen? Na, wo sind die jetzt hin? Okay. Ich hab Angst. Ich glaub, die wollen uns hier im Norden irgendwo angreifen. Die werden sich wahrscheinlich nicht auf eine direkte Konfrontation stürzen, sondern uns irgendwie böse angreifen. Ja, die kriegen ja ihre Verluste, während sie im Winter da rumstehen. Ist perfekt. Wir haben hier Zeit. Unserer Siedlung geht's gut. Ach, die Rebellen... Der Rebellenmodifikator ist weg. Die Geld mittlerweile, weil sie Fullstack aufgebaut haben als eigene Fraktion oder was? Oh Gott. Ich kann sie uns jetzt angreifen an anderer Stelle. Das wäre ein bisschen blöd. So ganz leicht blöd wäre das für uns. Gucken wir mal ganz kurz hier in der Provinz. Also, wir brauchen Nahrung und einen Brunnen. Das hier bauen wir um in eine Felskirche. Die Marktstände hier bauen wir um in den Bazar. Reißen wir nochmal ab. Die Versammlungshalle hier bauen wir um in einen Gerichtshof. Das hier bauen wir um. Das Teil hier, die Stadt, bauen wir um in eine Stadt. So. Kompletter Umbau, bitte. Dankeschön. Wie sieht's hier aus? Okay, da sinkt gerade die Zufriedenheit, aber das kriegen wir hin. Die Stadt reißen wir weiterhin um eine Stufe ab. Also, die Ortschaft genau genommen. Und dann stürmen wir Cordoba. So, das ist denn gerade. Die Weiden reißen wir ab. Können wir ja nicht umbauen. Die Ziegenstelle reißen wir auch ab. Ach, deswegen können wir die nicht umbauen, weil die ja in der Hauptstadt sind. Das Stadtzentrum reparieren wir. Die Schmiederdinge reparieren wir. Das reparieren wir. Das reißen wir ab. Nicht reparieren. So. Ja. Genau das, was ich machen wollte, habe ich auch gemacht. Sehr schön. Okay. Habe ich nur versprochen. Hehe. Sehr gut. Dann hätten wir das alles soweit geklärt. Problem sind gerade die Separatisten, die da auf uns zu segeln. Anderes Problem sind hier oben die Westgoten, die übrigens durch den Schnee marschiert sind, ohne Verluste hinnehmen zu müssen. Ich betone, ich sage es nur nochmal. Ähm, und die wir jetzt erledigen müssen. Wie kann ich euch dienen? Die Frage ist halt nur, wie da oben sind die Gepiden. Die kommen zum Glück nicht zu uns runter und machen auch ein paar Verluste. Also sollte das soweit eigentlich ganz gut gehen. Wir stellen uns jetzt hier mal bei Olbia, äh, südlich von Olbia hin. Ach, super. Wenn wir nach Marcianopolis marschieren, lassen wir Trimontium in Ruhe. Wenn wir Trimontium bleiben, dann lassen wir Marcianopolis im Stich. Das ist natürlich jetzt gerade schön ausgefuchst von euch. Wollen wir versuchen, mal sie zu provozieren? Vielleicht klappt es ja. Vielleicht denken sie, oh mein Gott, die haben Trimontium mit Stich gelassen. Wäre auf jeden Fall praktisch. Ansonsten werden wir Marcianopolis halt verlieren. Andererseits können wir jetzt hier Thessalonike erstürmen. Und damit auch in Thrakien Fuß fassen. Okay, die sind wirklich griechisch geworden, die Schweine. Muss alles abgerissen werden, tut ein bisschen weh. Halle der Ältesten lässt sich umbauen in der Akademie. Können wir auch abreißen erst mal. Fischerei lande Platz und eine Stufe abreißen, das Ding reparieren. Okay. Sehr gut. War die Flotte hier unterwegs? Ja, die Flotte war unterwegs. Mit der Flotte greifen wir dann Korinth an. Ist jetzt mein großer Plan. Ja, sollte eigentlich klappen soweit. Okay, sehr gut. Gibt es noch irgendwelche Leute, die uns relativ gut leiden können? Die Abdani. Habt ihr hier unten was? Ja, ihr habt Katagianensis. Das heißt, ich werde mit euch niemals handeln können. Weil ich euch nämlich hasse. Die Quaden könnten mit uns handeln, sind uns nämlich neutral gegenüber. Problem ist halt, sie möchte ich auch erobern. Das heißt, da ist auch kein Handel möglich. Was wir hier noch machen könnten, ist natürlich mit der Armee jetzt, also mit Armenien, zu kolonisieren. Damit hätten wir nämlich Samarzia Europäer komplett unter Kontrolle. Fun fact, die Grottungen sind übrigens hier drüben hin marschiert mit ihrem total überhaupt nicht gecheateten Fullstack. Also wenn wir richtig viel Pech haben, werden sie Gelonas angreifen und dann haben wir richtig schöne Probleme. Yay! Und meine Kamelherde zur Feier des Tages. Wundervoll. Oh Mann. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Wie sieht es aus? Wir sind im Jahr 438. Das bedeutet, wir haben noch Zeit bis ins Jahr 450. Das sind noch 12 Jahre. Das bedeutet noch 48 Runden. 48 Runden. Und wir benötigen noch exakt 36 Siedlungen. Wenn wir also weiterhin mit einer Siedlung pro Runde fahren, sollten wir in der Lage sein, das ordentlich zu erledigen. Wir brauchen mindestens 70% in allen Provinzen östliches Christentum. Ist natürlich schwierig. Das heißt, wir müssen da einfach ganz schön stark dran sitzen. Wir brauchen noch 5 Seheinheiten und noch eine weitere Technologie. Ich glaube, das Schwierigste, wenn wir, also das Schwierigste sind die beiden hier oben. Das hier kriegen wir locker hin. Die Provinzen sind auch alle erobert, die wir benötigen. Glaube ich. Ja, 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 ja. Okay. Ja, alles erobert. Sehr gut. Das bedeutet, wir brauchen die 70% religiöser Bevölkerung. Problem ist halt hier, wird uns nicht angezeigt. Das heißt, wir müssen die Provinzen einzeln durchklicken und gucken, wo noch was fehlt. Bei den bestehenden Provinzen hier haben wir 80. Perfekt. 94. Sehr schön. 87. Wir brauchen halt nicht im Durchschnitt, das ist blöd. Wir brauchen es halt nicht im Durchschnitt, sondern im gesamten Reich. Das ist ein bisschen anstrengend, finde ich persönlich. Aber okay. Also, was haben wir hier? 92. Oh. 81. 78. 84. Okay. Ich gucke gerade mal, ob wir vielleicht in unsere bereits bestehenden Provinzen. Nein, hier müssen wir natürlich noch aufsetzen. 28 haben wir hier. 81 haben wir hier. Sehr gut. 82. 86. Ah. Aber hier sind wir am, hier ist es am Wachsen. Also, hier kriegen wir es noch hin in Kapadokien. Kaukasien hat es auch geschafft. Über 76%. Sehr gut. 81. 84. 38. Magna Grecia muss auch noch ganz schön sich ranhalten. Makran haben wir auch geschafft. Mauretanien. Mauretanien muss auch noch ein bisschen. Aber da sind wir gerade am Steigen. Ja, okay. Sehr schön. Könnten wir da, warten wir noch mal ganz kurz. Warten wir da noch mal. Ich würde die Kamele hier die Gänse ausbauen. Genau. Für ein bisschen mehr Nahrung und so. Okay. Australien hat die 80% geknackt. Palästina hat die 76% geknackt. Okay. Jetzt sind wir auch langsam am Steigen. Aber hier sind es über 70%. Das ist das Wichtigste. 86%. 75%. 50% hier. Da müssen wir auch aufpassen. Aber da ist es auch am Steigen. Wir müssen jetzt hier nur alles ausbauen. Problem ist die Nahrung gerade. Die fehlt uns hier nämlich eigentlich. Deswegen baue ich hier den Fischereib hier hin. Wir werden also in Samartianer Asiatika jetzt gleich Nahrungsprobleme haben. Samartian Europäer dürfte 67% haben. Das heißt, oh, slavisches Heidentum ist auch am Steigen. Slavisches Heidentum gibt es jetzt auch. Wahrscheinlich seit den Slaven jetzt, seit neuestem. 87%. 80%. 79%. Ah, Garten ist ein ganzes Reich, ne? 87%. 78%. Makedonien. Oh, jetzt sind wir gerade bei der letzten Provinz. Und da haben wir auch 34%. Ja. Es sollte eigentlich alles machbar sein. Ich meine, so schwer ist das jetzt nicht zu erledigen. Wir haben ja ordentliche Konvertierungen. Wir haben ganz schön viele Mager hier. Also. Ich persönlich bin da optimistisch. Ein bisschen pessimistisch bin ich gerade bei den zwei Armeen hier. Die werden wahrscheinlich Thessalonike angreifen. Und aber nur belagern. Das heißt, wir müssen einen Ausfall machen und gegen zwei Armeen wieder kämpfen. Die uns dann mit ihren scheiß Speeren komplett malträtieren werden. Aber das kommt nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Ich hoffe, damit hat euch diese Folge aber so gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut und ciao, ciao.